Mahlzeit Freunde, wir haben es gerade Freitag, Freitagabend? Ja, was heißt Freitagabend? Um halb fünf haben wir es jetzt. Ich darf jetzt noch einen kleinen Sondertransport fahren. Freitagabend, zwischen 18 und 19 Uhr ist der Beladetermin. Ich fahre Windradflügel, 18 Meter lang sind die. Das ist jetzt nicht so. Dreieinhalb Meter ziehe ich aus den Hobel da hinter mir und dann geht es auf die Reise. Es sind nur zehn Kilometer von Beladort zum Abladeort, aber dort wird es bestimmt flüssig. Zumal es sind drei Flügel. Ich weiß nicht, ob ich alle drei mit EMA wegkriege. Ich hoffe, dass ich alle drei mit EMA wegkriege. Wenn es blöd läuft, kann ich immer nur einen transportieren. Ich hoffe nicht. Weil je mehr ich auf EMA wegkriege, desto schneller bin ich wieder zu Hause. Und desto schneller kann ich auch meine Serie auf Netflix weiter angucken. So spannend gerade. So spannend. Ich gucke nämlich gerade das Blacklist. Extrem geil die Serie. Also wer Netflix hat die Serie, die kann ich nur empfehlen. War Spaß zu gucken. Sie hat mich gleich zum Anfang an gepackt. Das schafft nicht jede Serie. Und wenn ich mit der Serie fertig bin, wenn ich die vierte Staffel rum habe, dann brauche ich erstmal eine Pause. Dann kann ich mir erstmal die ganze Welt keine neue Serie mehr angucken. Das ist so. Ich will es auch nicht. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Weg. Eine Stunde ungefähr sind wir da. Und ja, dann kann ich auch filmen mit ausziehen und alle Pipapo. Und ich werde auch versuchen die Beladung zu filmen und die Entladung zu filmen. Das sollte denke ich mal kein Problem sein. Aber das wird bestimmt ein interessantes Video. Mach ich mal. Also in diesem Sinne. Im Sinne. Im Sinne. Im Sinne. Rinnjauern. Bis später, Peter. Warte mal, wo ist denn der Ausdruck? Ach, da ist der Ausdruck. So Freunde der Sonne. Ich wollte euch ja zeigen, wie man mal so einen Aufweger auszieht. Und da ich ja den jetzt gerade so hinter habe. Weil wir den ja jetzt brauchen. Ich zeige euch mal, wie das jetzt funktioniert. Als erstes, den ersten Schritt. Du hast hier normalerweise, hast du hier so einen Splint drin. Der müsste normalerweise hier durch so ein Loch gesteckt werden. Damit das Ding nicht rauskommt. Ach, okay. Dann ziehen wir den jetzt trotzdem raus. So, der muss rausgezogen werden. Andere Seite ist auch noch einer. Dann laufen wir jetzt auch mal kurz hin. Ach so, warte mal. Wir können jetzt hier unten noch schon die Bremse von dem Auflieger, wenn wir jetzt so festmachen. Boah, Alter. Das Ding aber aus der Sicht. Ist ja pfui. Dann haben wir das schon mal. Damit der Auflieger dann auch stehen bleibt, wenn wir ihn ausziehen. Nicht, dass der dann hinter uns hinterher fährt. Dann macht der ja keinen Sinn. Das ist ja totaler Quatsch. So, jetzt haben wir hier drüben, haben wir normalerweise auch den Splint normalerweise hier im Loch drin. Jetzt muss man natürlich wieder rausziehen, weil ich den ja natürlich drin gesteckt habe. Damit ich euch zeigen konnte, wie das so ist. So, und jetzt sehen wir nochmal einmal wieder rum. Ihr merkt jetzt schon, das ist sehr viel mit Laufen verbunden. Tut aber auch mal den Kreislauf ganz gut. Wie gesagt, die Bremse haben wir jetzt gezogen. Die ist jetzt so oben, der Himmel. Was hat denn? Irgendjahr hat er den Ruf verändern lassen. Verstehe ich nicht, warum. Alles ja. Wenn ich ja sehe, wenn mir irgendwer wegflickt, dann weiß ich warum. So, jetzt müssen wir hier den Bühnerweg nach oben drücken. Und zack, kommen die Dinger raus. Hier dieser. Jetzt gehen wir eh mal nochmal rum. Gucken, ob auf der anderen Seite auch rausgekommen ist. Und wenn das auf der anderen Seite auch rausgekommen ist, dann könnt ihr euch ja vorstellen, was wir machen. Dann setzen wir unter den Lkw. Und fahren vor. So, guck. Hier ist draußen. Sehr schön. Dann fahren wir jetzt eh mal vor. Wir maiken euch jetzt am besten fest. Na, warte mal. Ich hab also eine Idee. Geht gleich los. So, ich hab euch jetzt mal so ein Notdorf, die ich hier an so einem kleinen Rahmen festgemacht. Mal gucken, ob das alles hält so. Ich fahre jetzt mal vor, ja. Also, bis gleich. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ihr das alles so gesehen habt, aber ich geh mal davon aus. So, wo sind wir denn jetzt da? Wir sind jetzt bei drei Meter. Dreieinhalb mächtig haben. Äh. So, wo sind wir mal kurz in den Sollstock? Probieren wir mal kurz in den Sollstock. Probieren wir mal kurz in den Sollstock. Eigentlich sind es drei Meter. 50 Meter. 50... 10 Meter. Komm wir noch ein Stück vor. So. 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 Also. Let's go. And. Snobley. So. Echtemerk Jetzt haben wir hier schon mal 2 Meter Jetzt haben wir schon einen dritten Meter 3,50 Meter 3,50 Meter wollte ich eigentlich nicht mehr 13,60 Meter plus 3,50 Meter sind 17,10 Meter Schnauze Lassen wir den jetzt so Warte mal, wir machen jetzt einmal kurz die Dinger hier wieder rein Da müssen wir wieder rum gehen Ich dachte, das ist viel mit Laufen verbunden Marathon, hundertprozentig Eigentlich wollte ich jetzt ja nicht so lang Aber wenn die Dinger wieder drin sollen Einfach mal hier runter ziehen Oh, jetzt guck mal Der ist ja eigentlich richtig drin Das ist weil Alter Das ist Weil die Zylinder jetzt hier nicht im Loch drin sind Die stehen jetzt irgendwo dagegen Immer so nebenbei Warte mal Dann machen wir mal kurz so So, so, so So, so, so So, rückwärts fahren wir mal wieder nie Ach, Mann, ich wollte ja jetzt noch vorwärts fahren Ich wollte ja nicht zurück fahren So, so So, so So, so So, so So, so So, jetzt sind wir hier Zwei, äh, zwei Meter Ah, vier Meter So, wir lassen das auch vier Meter Den Läner immer kurz anruckeln Damit das Ding nach ich hier nicht Damit wir auch Die Stöpsel werden können Da hinten liegen übrigens Die Teile Die ich mitnehmen muss Mal schauen, was das wird Aber Also, so wie die Sätze da liegen Kriegen die nicht alle mit EMA weg Aber wir gucken mal Ja Inzwischen ist es auch schon dunkel geworden Der Kran, der hatte ein bisschen Verspätung gehabt Der kam eine halbe Stunde zu spät Dann dauert das natürlich auch eine ganze Weile Bis er sich aufgebaut hat Ich hab da oben schon mal meine Funzeln angemacht Ich bin eigentlich Fertig soweit Warte ich halt nur noch Bis der andere Kollege da Von der anderen Firma Würde ich wieder da fahren Guck mal schön Die hat auch noch mit Und die kriegt er dann Äh Ja Da sind sie gerade dabei Irgendwie Den Deckel abzumachen Aber irgendwie klemmt da noch was Und äh Ja Das Ding soll über 20 Tonnen wiegen Finde ich schlecht Gucken wir mal da hinten Der kleine Scheißding wiegt 20 Tonnen Das ist der auch von der anderen Firma Der fährt Mercedes Gucken wir mal kurz Dreiachser MP2 MP3 Ist das Ist da Bescheid Das ein Ja Jörg 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 Ja, das ist die Leichte hier. Wir gehen weiter nach vorne noch. Weiter, weiter. Gut. 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 Ja, der ist hier vorne dran, der Scheiß. Er liegt ein bisschen da da, klein bisschen da da. Ist er drauf? Ja. Gut, dann runter. So Freunde, der Sonne. Wir sind jetzt angekommen. Endlich. Wir haben es jetzt so, ich glaube, 23 Uhr oder was. Wir sind da oben um halb 11 Uhr, bin ich weggekommen da. Ist uns das erst mal aufgefallen. Ein bisschen kurz ausgezogen. Naja, ich habe eigentlich gedacht, das wäre auch okay, wenn da noch was über den Hänger drüber hängt. Aber, äh, nee. Und dementsprechend musste ich dann auch nochmal komplett zwei Meter ausziehen. Die Einfahrt hier, die war, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, jungfräulich eng, aber... Oh, warte mal. Darf man sowas überhaupt sagen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall war die sehr eng und die Nachbarn, die haben auch schon mit dem Handy oder mit Videokamera draußen gestanden. Ich weiß nicht, ob Lkw Mike hier gerade irgendwo in der Ecke wohnt. Keine Ahnung. Ansonsten, ich könnte mich ja heimlich zu ihm schleichen und mich in seinen Sessel drin setzen, wenn er einen Sessel zu Hause hat. Und mir eine Flasche Wein nehmen und ins Glas kippen. Und wenn er früh aufsteht oder mitten in der Nacht, dann dreh ich mich um und sag dann... Ich hab auf dich gewartet. Ich sag euch, hier ist was los. Bis hinten an die Wand ran. Bis hinten an die Wand ran. Bis hinten an die Wand ran. 3. Super 2m hat er noch. Ja, vielleicht 1,5. Schöpfen Noch ein Stück weiter rüber So ab Jetzt werden wir versuchen den Auflieger wieder zusammen zu schieben Ich bin gespannt, ob das funktioniert Wie gesagt, erstmal hier Da hängt er doch Guck, wo die Bremse ist Bremse Wieder voll ins Gesicht Aber okay Ich kenne ja nichts anderes Ah, okay, das hätte ich jetzt ein bisschen doofer Jetzt bin ich rausziehen Jetzt laufen wir aber nicht wieder außen rum Jetzt kümmern wir uns mal den Luxus Und bücken uns Zack bumm draußen So Ich bin gespannt Ich bin gespannt Ob das fahrt jetzt Ich stehe nicht gerade Ich bin gespannt Und Viele Wir haben schon Null Uhr So Ich möchte gerne gucken Ob der Onkel Andi Richtig ist Warte mal erst mal Ich bin gespannt Ich bin gespannt Ich bin gespannt Ich bin gespannt Fideralalala Fideralalala Ja komm 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 Du Sau Ja ist drin Auf 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 Fideralalala Fideralalala Guck mal das ist Irgendwas Oh hoppala Jetzt ist es kaputt Kaputt ist es Aber kaputt war schon vorher So Was machen wir jetzt Achso Starker Trucker Achim Aber richtig starker Stark So Und das ganze Jetzt auch 365.000 Millionen Mal Dann Dann holen wir uns mal Unterschrift und dann können wir nach Hause fahren Ich muss ja mal sagen Gut dass mein rechter Unterarm so trainiert ist Und das war Oh Gott das kann ich aber nicht mehr Dann muss ich glaube ich noch ein bisschen mehr trainieren Ach komm Ich kann zusehen wie gut das fahren Und das vergeige So Warte mal Guck mal da Wo muss ich denn jetzt lang lenken Oh Leute wo möchte ich jetzt lang Wo möchte der her Herr Trucker Achim zu lang Nein das war die verkehrte Richtung Ach Leute Leute Ich hab jeder auf euch ist verlass aber Irgendwie Das schleift Das schleift Aber gut Es ist euch verziehen Es ist schon spät Es ist einfach schon zu spät Da müsst ihr dann mal gucken Habe ich jetzt eine Katze überfahren? Nee Das hat auch gerade gehört Leute seht ihr das? Da geht das nicht mehr weiter Leute seht ihr das? Da geht das nicht mehr weiter Ich stelle mir grad bestimmt strunzen dämlich an Das ist nicht weit weil ich jetzt so zurückfahren muss Wenn das jetzt eine 3-Punkt-Wendung wird meine Freunde Dann aber Dann möchte ich aber bitte Applaus Dann möchte ich Aber Ich gucke das nicht Ganz dezent extrem eingeschlagen jetzt Scheiße Scheiße Ich möchte euch nur darüber informieren Ihr braucht nicht zu klatschen Ich möchte euch nur darüber informieren Ihr braucht nicht zu klatschen Es sei euch nicht vergönnt Aber eines Tages Ich schwöre euch Wenn ich das eines Tages schon kriegen sollte Dann aber Dann aber Ach Gott Mit dem Arm lenken am Stand Scheiße Ja Na ja Für Vier mal Scheiße Na ja Damit ihr auch mal ne kleine Ahnung habt Ohhhh Eine Mietekatze Wie der Weg hier drin war Ich habe keine Lust mehr Ich habe gedacht das ist noch Arbeit für Drei Stunden Vier Stunden Vier Stunden Vier Stunden Letzt Belegung Ach Gotti Ja Rausfahren ist genauso beschissen wie Rindfahren Nein Und so müsst ihr euch das vorstellen im ausgezogenen Zustand Wenn der Nummer 6 Meter ist Wenn der Nummer 6 Meter ist So und von hier vorne links bin ich gekommen Das war noch ok Aber jetzt muss ich Nee komm ich doch nicht rum Ach Scheiße ey Heute Nee da fahren wir nicht Toll Es ist ja auch super toll Was von rechts kommt Ey Müssen wir an der nächsten Kreuzung drehen Oder was keine Ahnung Jetzt ist er schon wieder belastend Was war mit nächster Kreuzung Nächste Kreuzung kann mich mal kreuzweise Ach hier ist also ein Parkplatz So So Wir sind jetzt Ach der weckt mich auch Wir sind jetzt auf dem Weg Gut Ich mache jetzt so aus für heute Vielleicht wenn noch irgendwas passieren sollte Ich werde es nochmal schnell anschmeißen Ansonsten Wunderschöne Wochenende Ich werde es genießen oder auch nicht Mal gucken Wir fahren nach Polen Haare schneiden Ihr wisst Bescheid 5 Euro Und die schnee nicht krumm und schief Das läuft Ja Ich fahr zum Haare schneiden nach Polen Und ja Mir ist das Wumpe Also denn Äh Oh Hunger hab ich Video auf Top Spannende Ferien He 보내 Mail Die Wir 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 Das war's für heute.